Servus, Javi Diere! Haaa! Oh, und Dante! Boah, richtig! Langer Ball von Dante, direkt auf Thomas Müller, kein Abseits! Und dann ist er einfach vorbei an Johar! Tor! 2 zu 0! Ich habe nie abgesagt von meinem Ziel, meinem Traum. Ich bleibe immer konzentriert und dann, wenn wir gewinnen, ist es. Es ist schön, Musik, laut Musik in der Kabine, ein bisschen tanzen. Ich bewege immer konzentriert und dann unsere mache. So ja Mulan! Dante, lange Posting und das 2 zu 0. Wir gehen auf die Meisterschaft, wir gehen auf die Champions League und Pokal, und Pokal. Oh Mann, der schön gespielt, kein Abseits, Müller. Wir gehen auf die Saison, ich mache die Schmerzen! Wir gehen auf die Saison, wir gehen auf die Karte. Oh, Mann, ich mache die Schmerzen, ich mache die Schmerzen! Der Koppel kommt in die Schmerzen! 5-0, 1-0, wieder ein Tor von Treppenburg. Sie wissen ja, wie er sich freut und er rinnt sofort zu Romano Neuer. Wie viele Brasilianer haben schon vorerst bei München gespielt? Jetzt bin ich gespannt, wie viele. Jetzt ist das Margezeichen, da fehlt einer. Ein Brasilianer hat es da auf. Das ist ein richtig intensives, ein richtig gutes Spiel. Das ist eine gute Flanke. Zwei Jahre in Frankreich, ich habe immer Bounsili gesehen. Es hat mir sehr gut gefallen. Das Stadion war immer voll mit guter Stimmung. Es war überragend. Jede Woche freue ich mich, sie auf dem Platz zu sein. Wenn die Jungs so spielen, wie der Dante tanzt. Werder Dupacino? Du Dupacino? Du vallant. Gerni Meno, waili dupacino. Du vacino, du vallant. Du vacino, du vallant. Du vacino, du vallant. Dupacino, du vallant. Tchaaa! Tchaaa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017